Wir beten dich an, heiligster Herr Jesus Christus, hier und in allen deinen Kirchen der ganzen Welt und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Amen. Als Franziskanerin gehe ich ja ganz bewusst in eine Kirche. Ich gehe nicht in eine Kirche, weil ich denke, das ist ein Museum, da kann ich alte Fresken, Bilder, Gemälde, Figuren bewundern, sondern es ist der Ort der Gottesbegegnung. Ich begegne Gott im Allerheiligsten Altarsakrament, er ist im Tabernakel gegenwärtig und ihm bezeuge ich auch mit diesem Gebet, wenn ich komme und wenn ich gehe, die Ehre. Und das hat eben der heilige Franziskus auch so getan. Es ist sozusagen auch ein Gruß, wenn ich irgendwo in einen anderen Raum komme, sagt man vielleicht Hallo oder Guten Tag. Und wenn ich in die Kirche komme, begrüße ich ihn so und dann spreche ich ja weiter mit ihm. Und wenn ich in die Kirche komme, bin ich in die Kirche, bin ich in die Kirche, bin ich in die Kirche. Und wenn ich in die Kirche komme, bin ich in die Kirche, bin ich in die Kirche, bin ich in die Kirche.